Natürlich muss es für jede Lehre, egal ob eine falsche oder richtige Lehre, irgendwelche Belege geben. Irgendwelche Versen müssen doch angeführt werden. Auch fürs Fegefeuer und die Verse, die missbraucht werden, um das Fegefeuer zu lehren, sind unter anderem in 1. Korinther 3, Vers 11-15, wo es heißt, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst wird gerettet werden, doch so wird das Feuer hindurch. Siehst du, das ist das Fegefeuer. Nein, das ist nicht. Das ist der Richterstuhl Christi. Und achte darauf, worum es hier geht. Es geht hier eigentlich unter Leiden darum, ob jemand Lohn bekommt oder keinen Lohn bekommt. Es geht hier nicht darum, dass unsere Sünden weggebrannt werden, dass wir in die kleine Hölle fahren und dort erstmal ein bisschen brennen und schreien vor Schmerz, bis wir dann genug gereinigt sind von unseren Sünden. Ist das, was wir hier lesen? Nein. Nein. Was lesen wir hier? Es geht darum, dass Werke eines Geretteten, eines wiedergeborenen Christen erprobt werden, ob sie was getaugt haben. Und was wird die Folge davon sein? Entweder er wird Lohn empfangen für seine Werke, weil sie geistlichen Nutzen hatten, weil das gute Werke waren, mit denen er Gott gedient hat, der Gläubige, Seelengewinn gegangen und so weiter. Oder hat er seine Zeit verschwendet, hatte nur sinnlose Werke und wird dann eben Verlust erleiden. Bekommt, sprich, keinen Lohn. Es geht hier einzig und allein darum in diesen Versen, bekommt der Gläubige Lohn im Himmel? Er ist schon gerettet. Er hat ewiges Leben. Woher wissen wir das? Weil es ja heißt, wird aber jemand das Werk verbrennen? Werk verbrennen? Es geht nicht darum, dass derjenige brennt. Achte darauf. Es ist kein Fegefeuer, das hier geleert wird. Der Mensch selbst fährt nicht hier irgendwie ins Feuer. Es geht um seine Werke, die durchs Feuer erprobt werden. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Also wenn man das vergleicht mit dem Vers davor, er wird eben keinen Lohn bekommen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wird das Feuer hindurch. Also er ist gerettet, er hat ewiges Leben, er wird im Himmel sein. Es ist einfach nur so, dass seine Werke erprobt werden. Und leider hat er seine Zeit verschwendet auf Erden. Er bekommt eben keinen zusätzlichen Lohn. Ich meine, auf so viele verschiedene Arten und Weisen lässt sich das Fegefeuer widerlegen. Lässt sich widerlegen, diese Behauptung, dass es hier ums Fegefeuer ginge in 1. Korinther 3. Ich gehe nicht auf alles ein, weil es ganz einfach schwachsinnig wäre. Es wäre verschwendete Zeit. Aber ich möchte ganz einfach offensichtlich zeigen, was die Bibel hier lehrt in 1. Korinther 3. Ich habe schon ein bisschen erklärt, es werden nur die Werke erprobt. Achte darauf, womit die Werke eines Christen verglichen werden. Wenn aber jemand auf diesen Grund, das heißt auf Jesus Christus, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird das zeigen und so weiter. Holz, Heu und Stroh, das sind ganz einfach Materialien, die verbrennen. Im Gegensatz zu den kostbaren Materialien wie Gold, Silber, kostbare Steine. Aber bedeutet das, dass das Holz, Heu und Stroh automatisch irgendwie Sünden sind? Ich meine, ist an den Materialien Holz, Heu und Stroh irgendwas schlecht? Nein. Also geht es dabei automatisch um Sünden? Nein. Lass mich dir ein Beispiel geben. Jeden Tag verbringen wir Stunden damit, zu schlafen, zu essen, zu trinken, dies und das zu tun, was zu unserem Alltag dazugehört. Ist es eine Sünde zu essen und zu trinken? Nein. Aber wirst du für Essen und Trinken jemals Lohn im Himmel bekommen? Nein. Also was sind das für Taten? Was sind das für Werke? Holz, Heu und Stroh. Wird verbrennen. Waren das Sünden? Nein. War irgendwas schlecht daran? Nein. Es ist halt einfach nur so, dass du dafür keinen Lohn bekommst. Das ist das Einzige, worum es hier geht in dieser Passage. Es gibt Werke, für die du Lohn bekommst und es gibt geistlich gesehen sinnlose Werke, für die du einfach keinen Lohn bekommst. Was nicht automatisch schlimm ist. Jeder hat Werke, die er tun muss in seinem alltäglichen Leben, für die er nicht belohnt wird im Himmel. Das ist normal. Es geht hier nicht um Sünden, von denen jemand gereinigt wird. Außerdem, was kommt ins Feuer? Das sind nur die Materialien, die hier genannt werden, die eben sinnbildlich stehen für verschiedene Werke, die durchs Feuer erprobt werden. Wird der Mensch selbst ins Feuer fahren? Nein. Das ist nicht, was hier steht. Seine Werke, die werden durchs Feuer erprobt. Manche Werke haben Bestand, gut gemacht, du wirst Seelengewinn gegangen, du hast Menschen zu Christus geführt, du hast deinen Brüdern geholfen, warst ein Segen, dies und das, du bekommst Lohn dafür im Himmel. Du wirst im Millennium, was weiß ich, über mehr Städte herrschen oder sowas. Das ist nicht, was weiß ich, über mehr Städte herrschen oder sowas.